So, da fahre ich gerade von Steinsweg zurück nach Graz, am Radlweg, also nicht am Radlweg eigentlich, eher ein Neunrad-Wandweg, so heißt er. Also die Gegend ist wirklich unglaublich schön. Ähnlich wie bei der Beate draußen in Emptmannsberg und der Umgebung, so schaut es da aus. So, durch den Wald, bisschen Sonne ist noch da, da geht aber gleich runter. Aha, was haben wir da? So, wie heißt du? Das ist der Silo, das weiß ich. So, da geht es ein bisschen bergauf. Aha, sowieso werden wir nie gesehen. Stromleitung. So, da. Aha. Aha. Da kommen wir an der Kantfer. So, der größte Kürbis der Steiermark. Bitte sehr. Unterbremsstetten. Da werden Erinnerungen. Wacht Davis gehabt, Thomas Muster, Michael, Stich, fünfter Satz. 90er Jahre. Alt bin ich geworden. Dive Center Tauchturm. Hallo, servus. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020